Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 26.750 US-Dollar. Wir haben einen wunderschönen Bounce bei unseren 25.892 Dollar gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall jeden Tag ein Update-Video. Das heißt, Samstag und Sonntag und auch am Montag, wenn Feiertag ist, wird es hier ein Update für dich geben, damit du dich perfekt auf deinen Trading-Tag und auf Bitcoin vorbereiten kannst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Update. Let's go! Alright, gut. Also schauen wir uns das Ganze an. Und zwar, wie du schon am Thumbnail ganz gut erkennen kannst, schafft Bitcoin jetzt das bullische Reversal, ja oder nein? Ich bin leider noch nicht mit der Cam verbundene. Bedeutet einfach, ich bin immer noch hier unterwegs und deshalb mit dem Tablet. Deshalb seht es mir nach. Ich hoffe, es taugt für euch trotzdem. Deshalb gebt dem Video gerne mal einen Like. Ich würde sagen, bei 1.000 Likes auf dieses Video gibt es 20 Plätze für unseren privaten Discord-Server. Deshalb ballert da gerne mal einen Like raus. Letztes Mal haben wir 950 Likes geschafft. Da war ein bisschen zu spät, ja, ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube an euch, ihr schafft das auf jeden Fall. Gut, gehen wir direkt rein. Also, Bullishes Reversal. Was bedeutet das? Bullishes Reversal wäre genau dieser doppelte Boden. Wer die letzten Videos angeguckt hat, der hat dann auch hier gesehen, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir hier spätestens erst mal zumindest kurzfristig gesehen einen Bounce reinkriegen. Das war dann eine Bewegung von genau 4%. Herzlichen Glückwunsch für 10x dann zum Beispiel. Ja, wären dann hier an dieser Stelle 40%. 10x. Ja, mit dem Hebel 10x wärt ihr hier bei 40%. Heißt, eine Bewegung von 1.000 Dollar ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Selbst ohne Hebel. Ja, 1.000 Dollar gar nicht mal so schlecht an dieser Stelle. Das bedeutet für uns, jetzt wird die Sache natürlich sehr interessant werden. Denn, wie du ganz gut sehen kannst, formt Bitcoin jetzt im Moment einen möglichen doppelten Boden. Das macht Bitcoin immer sehr gerne, wenn wir einen sehr starken Downtrend hatten, um dann ein Bullishes Reversal zu machen, um wieder höhere Preise zu sehen. Ja, und wenn man sich das hier anschaut, wir kommen von einem Downtrend, sehen ein Bullishes Reversal, was uns preistechnisch zumindest mal wieder Richtung 30.000 Dollar nach oben drücken kann. Heißt nicht, dass es muss. Denn, ihr seht auch das jetzt hier nochmal ganz schön, wir laufen halt hier massiv in Widerstände rein. Zum einen haben wir uns erstmal diese wichtige Zone hier eingezeichnet. Und zwar haben wir hier dreimal versucht, hier drüber zu kommen, haben das Ganze dreimal nicht geschafft. Und das ist das ganz große Problem, was wir im Moment haben. Genauso 50er EMA. Schaut euch das an. Wir hampeln an unserem 50er EMA jetzt schon seit 4, 8, 12, eigentlich jetzt schon seit 16 Stunden schon wieder hier auf unserem 50er EMA rum. Und schaffen es nicht mal, einen 4-Stunden-Close hier drüber zu kriegen. Also, auch das sehr, sehr starker Widerstand für uns. Und das muss uns im Klaren sein. Des Weiteren, was du dann hier auch nochmal siehst, die 26.910 Dollar. Wenn man da ein bisschen rauszoomt, das wird jetzt hier in dieser Bewegung nicht so klar, warum das jetzt hier sehr, sehr starker Support oder Widerstand ist. Aber wenn man rauszoomt, dann sieht man das Ganze hier auch nochmal ganz schön. Das waren genau hier unsere Tiefs, die wir hier angehittet haben. Die ganze Zeit war das hier immer wieder schöner Support. Und genau hier haben wir erstmal wieder Probleme, zumindest kurzfristig gesehen, hier wieder drüber zu kommen. Schaut euch das an. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass ihr versteht, wie ihr Support oder dann auch dementsprechend Widerstandslinien richtig einzeichnet. Auch jetzt hier diese 26.630, die haben wir uns gestern, beziehungsweise, glaube ich, sogar schon vorgestern eingezeichnet. Einmal dieses Tiefsupport, nochmal Support, nochmal Support, 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 Support. Rote Vektor drunter gebrochen, Widerstand geworden. Und jetzt wird sie wieder zu Support. Und das jetzt innerhalb von schon zwei, vier Stunden Kerzen. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir jetzt eine ganz enge Range spielen. Von unseren 50er EMA runter auf unseren wichtigen Support bei 26.632 Dollar. Von gerade einmal 143 Dollar. Unter uns hilft uns natürlich jetzt auch noch der 20er und der 13er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Bedeutet jetzt nichts anderes, Bitcoin muss es jetzt schaffen, über das Wochenende oder spätestens am Montag und am Dienstag, in diese Region hier oben wieder reinzukommen. Sollte er das nicht schaffen, werden wir kein bullisches Reversal sehen. Und wir werden Bitcoin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nochmal diese Tiefs antesten sehen. 25.800 und im Worst Case runter auf unsere 25.000 Dollar. Dann schauen wir uns noch den MACD an. Beim MACD passiert auch überhaupt nichts. Wir sind weiterhin in einer Seitwärtsphase und das schon seit dem 15. Mai. Hier komplett in einer Seitwärtskonsolidierungsphase. Also hier passiert wirklich absolut gar nichts. Und wenn wir uns dann hier nochmal unseren RSI anschauen, auch der RSI, schaut euch das mal an, Leute. Der hampelt die ganze Zeit hier rum. Da passiert absolut nichts. Es war jetzt hier ein kleines Breakout nach unten. Auch beim RSI ist hier unten in den überverkauften Bereich ein bisschen reingekommen. Das lag daran, dass wir hier unten kurz korrigiert sind. Aber dann war es das schon wieder. Ja, hier sind keine großartigen Bewegungen drin, wie wir es hier zum Beispiel gesehen haben. Oder hier, ja, oder hier ein sehr, sehr steiler Anstieg. Nein, wir sind auch bei unserem RSI komplett in einer Seitwärtskonsolidierungsphase. Und Leute, haltet euch fest. Wir werden meiner Meinung nach auf jeden Fall nächste Woche einen sehr, sehr starken Move für Bitcoin sehen. Weil es wird sich definitiv entscheiden, wo hier die Reise hingeht. Ob wir wirklich diese Widerstände nach oben hin durchbrechen. 100er EMA, 200er EMA kommt hier dann auch nochmal rein. Dann natürlich auch die normalen Widerstandslinien, wie ihr hier ganz gut sehen könnt. Oder, ja, ob wir jetzt hier den Support-Bereich nicht halten können. Und dann sehen wir uns relativ schnell hier unten. Ich persönlich glaube, dass wir das nächste Woche sehen werden. Weil wir einfach jetzt schon sehr, sehr lang in dieser Seitwärtsphase sind. Und dieses Bullish-Reversal sich dann durchaus ausspielen könnte. Aber, ja, ganz wichtig, wir müssen hier drüber kommen. Dann gehen wir noch rein in den 15-Minuten-Chart. Es wird heute ein ganz knackiges Update, Leute. Damit ihr hier euer Wochenende auch genießen könnt. Den wunderschönen Samstag mit Family, Freunden rausgehen, grillen. Ha, geil. Ja, und deshalb schauen wir jetzt hier auf den 15-Minuten-Chart. Machen uns jetzt hier nochmal den wichtigen Indikator an. Und schauen uns das Ganze mal an, wie es da im Moment aussieht. Und zwar M3 macht uns Probleme. Wenn sich einer fragt, was diese ganzen M-Level und so weiter sind. Wir werden wieder ein Webinar machen. Wahrscheinlich erst in zwei Wochen. Weil ich da dann wieder in Deutschland bin und bei meinem Setup. Ja, das heißt, da auf jeden Fall dann eintragen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Aber nichtsdestotrotz, ja, M3-Level sind nichts anderes als verschiedene Pivot-Points. Und wie du hier ganz gut sehen kannst, wir haben einmal einen Pivot-Point hier. Und unser M3-Level hier oben. Bedeutet, wir spielen gerade jetzt eine sehr, sehr enge Range. Wer hätte es gedacht? Haha. Und zwar unser M3-Level und unseren Pivot-Point. Zweimal den Pivot-Point jetzt hier schon angetestet. Gestern angelaufen. Heute in der Nacht auch nochmal angelaufen. Der asiatische Markt. Und jetzt drückt uns hier dieser 800er EMA, diese weiße Linie, drückt uns jetzt hier ein bisschen runter. Und wir schaffen es im Moment nicht drüber. Sollte Bitcoin es heute schaffen, dieses M3-Level rauszunehmen, dann werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier oben reingehen in diesen WIG. Diesen WIG möglicherweise füllen, auf Widerstand laufen und dann hier möglicherweise nochmal abverkauft werden. Das könnte man mal im Auge behalten für ein kleines M-Pattern auf den 15-Minuten-Chart für den heutigen Tag. Um so kleine Prozente mitzunehmen an diesen Bewegungen. Sollten wir über die 26.9.10 kommen, dann weißt du auch, hier oben liegt dann das Psi-Low. Das sind dann auch natürlich nochmal sehr, sehr starke Widerstände. Psi-High, alles noch über uns. Aber ich gehe dann sehr stark davon aus, dass wir in diese Region hier oben dann durchbrechen werden. Richtung 27.200 bis 27.300 US-Dollar. Stand jetzt haben wir nochmal eine Vector-Candle hier bekommen und zwar direkt an unseren Pivot-Point. Das sieht man hier auch nochmal ganz schön. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier wirklich wieder abgelehnt werden, das Daily Open nicht hält, der 50er EMA nicht hält, geht es nochmal auf den Pivot-Point. Dann testen wir den 100er EMA an. Spätestens hier glaube ich, dass wir nochmal einen Bounce reinbekommen könnten. Sollte das Ganze alles brechen, dann wird diese Minus-Distribution sehr, sehr schnell abgebaut werden. Die sieht man nämlich dann auch hier nochmal mit unserem VPWA. Seht ihr hier dieses Loch auf dieser rechten Seite im 15-Minuten-Chart. Bedeutet, wenn wir hier unten reinfallen, also unter die 26.631, die uns ja hier wunderschönen Support gegeben haben, wird es für Bitcoin relativ schnell in diese Zone hier reingehen. Richtung M2 und 26.440 Dollar. Das ist dann hier wieder eine Reversal-Zone, die man sich dann hier durchaus wieder vorstellen kann, dass man dann hier wieder nach oben geht. Also das bedeutet, dass für das bullische Szenario und das bärische Szenario wäre dann unser mögliches M-Pattern, weil es jetzt auch hier, wenn man sich das hier nochmal einzeichnet, wenn man den Wick jetzt hier mal außer Acht lässt, ja, wir haben jetzt hier einfach so einen Downtrend, der sich hier weiterhin jetzt erstmal wieder formt. Und man kann auch dazu sagen, wir haben da zwar nur zwei Touchpoints, ja, aber es könnte sich jetzt hier so ein symmetrisches Dreieck formen, so ein kleines, aber halte ich im Moment nicht viel davon. Deshalb haltet euch lieber an die wichtigen Widerstände und vor allem an die wichtigen Support-Level. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung Ethereum, schauen uns noch kurz Ethereum an, wie es da im Moment aussieht und man sieht es auch schon. Ja, schaut euch jedes Mal an. Also Ethereum plus 0,16% heute. Cardano plus 0,6%. Link plus 0,3%. Litecoin 1,2%. Der hat ein bisschen besser performt. XRP 0,7%. WeChain 0,42%. Also ihr seht schon, Leute, ja, es passiert einfach gerade nicht viel. Ich will euch aber trotzdem immer auf dem Laufenden halten, weil wenn wirklich sich dann Optionen ergeben, müsst ihr natürlich genau wissen, was dann dementsprechend zu tun ist. 15 Minuten Chart, Ethereum, selbes Spiel, mögliches Dribble-Top sogar, wenn dann hier unten am heutigen Tag dieses T4 fällt. Bei 1.824 Dollar geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit runter auf unser Psi-Low und unser M2-Level auf 1.812. Und wenn wir uns das Ganze dann hier nochmal, den muss ich hier mal kurz ausmachen. So, zack. Wenn wir uns das Ganze dann hier nochmal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, dann seht ihr auch, auch hier sind wir in einer sehr, sehr engen Range gefangen. Und zwar zwischen dem 100er und dem 200er EMA. Und da passiert auch seit 16 Stunden absolut gar nichts. Wichtige Support-Boxen habe ich euch unten nochmal reingezeichnet. Aber was spannend werden könnte, wäre nämlich folgendes. Jetzt, dass Ethereum möglicherweise jetzt hier diesen Downtrend auf dem 4-Stunden-Chart mit unserem großen Falling-Vatch, was wir jetzt hier haben, einmal hier Widerstand, nochmal Widerstand, nochmal Widerstand, jetzt hier auch nochmal Widerstand, hier nach oben hin durchbrechen könnte. Aber auch hier wird es nicht irgendwie so aussehen, sondern wir laufen Richtung Widerstand, retrace, möglicher Widerstand, retrace. Und dann geht es erst wieder weiter nach oben. Das nochmal so für euch zur Erklärung. Dann gehen wir noch rein Richtung Liquidität. Schauen wir uns das an. Also auch hier hat sich nichts verändert, was sehr spannend ist. Wir haben uns gestern ja diese Position angeschaut, die oben reingekommen ist. Und mit diesem kleinen Pump, den wir gestern gesehen haben, wurde diese Position wieder rausgenommen. Also hier ganz klareres Boothing. Was bedeutet Boothing? Boothing bedeutet, man setzt Limit-Orders mit einem sehr großen Betrag in den Markt rein. Der Markt läuft dementsprechend immer sehr, sehr gerne Richtung Liquidität. Und kurz bevor er die Liquidität fischt, nimmt man diese Limit-Orders dementsprechend wieder raus. Also ganz klare Marktmanipulation, aber so ist das leider in Kryptos. Solange es keine Regulierungen gibt, werden wir das weiterhin hier sehen. Auch unter uns immer noch ein sehr, sehr großer Block mit unseren wichtigen Bitcoins. Also da liegen auch immer noch knappe 3.000 Stück von 25.800 Dollar bis 25.000 Dollar nach unten. Dann schauen wir uns noch was Wichtiges an. Und zwar, ich habe es gestern auch schon in Telegram gepostet. Deshalb schau da unbedingt rein. Wenn du noch nicht in Telegram sein solltest, würde ich dir definitiv empfehlen, da mal reinzuschauen. Und hier siehst du das Ganze nämlich auch nochmal ganz schön. Ja, das Daily Exchange Volume ist absolut gering. Das meiste war hier bei unserem Bullenmarkt mit zig Billionen US-Dollar. Und jetzt schaut euch mal an, Leute. Wir sind auf einem tiefsten Stand. Wir sind sogar tiefer als 2023 gefallen. Und wir reden im Moment von einem Volumen von 2020 bis 2021, was sich geformt hat, bevor dann der Bullenmarkt begonnen hat. Das mal so als kleiner Reminder für euch. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Grafik. Deshalb folg mir auch gerne in Telegram. Führe dich natürlich komplett kostenlos. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag. Ein schönes Wochenende. Hau rein. Bis dann. Dein Basti. Und ich bin für heute raus. Ciao, ciao.